Am herziger Gott, du siehst die Sorgen, die uns diese Tage schwer machen und uns manche Nacht in den Schlaf bringen. Amen. Hilf uns daran zu denken, dass du in der Welt die große segnende Kraft bist. Du kannst den Weg aus der Ausweglosigkeit weisen. Du willst das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln. Wärme unsere Seelen mit deiner Unwesenheit. Amen. Herzlich willkommen zum heutigen Seelenwärmer. Ich darf hier in der Gemeinde, in der Kirche, heute Oliver Seidel begrüßen. Manche kennen ihn möglicherweise aus dem Kirchenkreis. Er ist dort für Popularmusik angestellt, hier im Kirchenkreis Spandau. Ansonsten ist er freischaffene Musiker, Dozent an einer Hochschule für Musik und er unterrichtet Klavier. Nun wird uns heute Abend etwas meditative Klaviermusik spielen. Begrüßen Sie also mit mir, Oliver Seidel. Begrüßen Sie also mit mir, Oliver Seidel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Vielen Dank, Oliver, für die wunderschöne Meditationsmusik. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und verabschiede mich jetzt von Ihnen mit dem Schlusssegel. Gott segne dich. Gott erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Gott erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Gott erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Gott erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Gott schenke dir immer neu die Gnade der Wüste, Stille, Frisches, Wasser und neue Hoffnung. Gott gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Amen. Gott schenke dir immer die Gnade der Wüste, Stille, Frisches und den Lachen. Amen. Amen.